Ich hoffe mal, ihr habt noch nicht genug von den Lorenleveln, denn jetzt strömt schon das nächste und zwar Level 4, 3, eine bombige Fahrt. Und das ist ja wieder ein klassisches Lorenlevel mit nur einer einzigen Lore, die wir die ganze Zeit durch die Gegend durch das Level eben fahren und nicht mit mehreren, wo wir immer voneinander abspringen müssen. Deswegen, dass es eigentlich einfacher werden dürfte, aber wir gucken mal. Okay, die ist auch gleich am Anfang, aber ich habe mir jetzt nochmal kurz umgebracht, weil der Anfang mir trotzdem nicht gefallen hat, weil ich erstmal wissen wollte, wie das funktioniert. Also, soll ich am Anfang einen Rollsprung hoch machen? Ich weiß gar nicht, oder soll ich eher einen normalen Sprung hoch machen? Ne, eigentlich schon eher trotzdem einen Rollsprung, glaube ich. Und dann nach oben und dann eben von der Plattform aus in die Lore rein, aber es ist knapp hier. Ja, das war jetzt, also der Start war auch schon nicht perfekt, aber ich meine, ich will den Start hier auch wirklich perfekt machen, weil ich meine, hier in dem Level ist halt auch so, Entschuldigung, hier in dem Level ist halt auch so, dass ich einfach halt im Prinzip den Anfang, diese zwei Sekunden am Anfang, halt richtig machen muss und dann das Level überleben muss und dann halt am Ende auch noch, mich nicht blöd anstellend, halt zum Fass hinspringen und dann haben wir es auch schon. Deswegen will ich schon, dass der Anfang da auch wirklich perfekt wird, weil wir halt ansonsten diesen Abschnitt hier eine Million mal sehen würden und deswegen wollte ich halt den Anfang wirklich genau perfekt machen, weil ich meine, perfekt ist er natürlich immer noch nicht, jetzt gerade eben gewesen, nein. Aber ganz gut und deswegen, also ich behaupte mal, wenn wir jetzt zum Ende kommen, in dem Versuch und ich nicht sterben werde, was ich nicht hoffe, dann sollten wir normalerweise Shiny eigentlich schon sicher haben, denke ich mal. So, da unten war ja der Bonusabschnitt, aber ist mir egal. Ich gehe im normalen Weg, aber das ist schon nicht einfach hier, das Level, aber ich liebe auch dieses Lorn-Level, das ist so cool. Vor allem eben wegen dem Ende, wo wir dann in diesem Rad dann uns da noch bewegen, das ist so eine schöne Idee einfach, nur so eine coole. So, aufpassen hier. Ist auch echt nicht einfach, wenn man halt zwischendrin immer mal wieder, das wird knapp übrigens, ich mache mit jemandem großen hier. Auf jeden Fall ist es ein richtig cooles Level, wenn man halt auch immer mal wieder abwechseln muss, zwischen großen und kleinen Sprüngen, zwischen ducken und nicht ducken. Das ist schon richtig cool auf jeden Fall. Ja, hier wieder kleine Sprünge ein paar, jetzt kommt gleich die fette Bombe dann, bei dem Maulwurf-Typen. Erstmal wieder ducken, genau. Das macht hier wirklich so viel zu tun ständig und das finde ich halt richtig cool auf jeden Fall. So, hier so. Okay. Und jetzt hier wieder das Rad. Oh, das ist so cool einfach nur. Das sieht so episch aus. Das finde ich echt total genial einfach nur. Habe ich ja im letzten Play auch schon erwähnt, aber das ist so eine coole Idee. Das ist echt heftig. So, okay. Und damit sind wir auch schon fertig. Und haben eine 43er Zeit. Und ich denke mal, das reicht auch schon aus. Und dann ist es hier offenbar wirklich genauso, wie auch schon in Level 4, 2, das wir ja auch heute gemacht haben. Ist es shiny? Ja. Es ist genauso, dass auch hier Gold und shiny Gold nur um eine einzige Sekunde voneinander entfernt sind. Also 1,44 bis 45 ist Gold und unter 1,44 ist dann shiny. Also wie gesagt, nur eine Sekunde darunter liegt eben shiny zwischen Gold. Oder anders gesagt, die Begrenzung von Gold ist nur insgesamt eine Sekunde. So kann man es auch sagen. Also nur, wenn ich genau in dieser einen Sekunde, in dieser einen Zeitspanne von einer Sekunde bin, eben zwischen 1,44 und 1,45, dann kriege ich auch wirklich Gold. Und darunter kriege ich eben shiny und wenn ich zu hoch bin, kriege ich halt Silber oder Bronze dann oder sowas. Genau. Das war jetzt natürlich, das war jetzt ein bisschen blöd natürlich. Das war jetzt natürlich nicht der erste Versuch leider. Ich habe ja 4,1 und 4,2 im ersten Versuch geschaffen und ich wollte es eigentlich hier auch machen. Aber ich habe am Anfang mit Absicht irgendwie nochmal abgebrochen, weil ich das noch besser machen wollte in den Anfang. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es jetzt hier nur quasi der zweite Versuch war, aber ist ja auch völlig egal, denn es ging trotzdem sehr schnell. Aber ist ja auch nicht schwierig gewesen, weil wie gesagt, den Anfang richtig machen und am Ende zum Fass springen ist das Einzige, was ihr richtig machen müsst. Ihr müsst halt auch die Lorenfahrt einigermaßen können, ja. Aber ansonsten ist es eigentlich echt kein Problem, hier shiny zu bekommen. Gut. Dann war es auch damit. Und dann morgen im Let's Play kommen die nächsten beiden Leveln. Das werden dann eben noch Raketenlevel sein. Und zwar hier 4,5 Hüllenhuts und 4,4 Maulwurfpatrouille oder Maulwurfpatrouille ohne ein S. Genau. Die werden dann eben morgen kommen und übermorgen wird dann eben Us, genau das obere war 4, genau. Und übermorgen werden natürlich wieder die Challenges dazu kommen, aber dürfte auch machbar sein, weil wie gesagt, den Raketenlevel und da darf ich ja auch nicht mich schneller fortbewegen, als es mir der Bildschirm erlaubt. Deswegen auch das dürfte, glaube ich, ganz gut machbar sein. Gut. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.